Hallo zusammen, willkommen zum Wochenrückblick von Gameladen. Hier zeigen wir euch immer alle Top-Titel, die in der letzten Woche erschienen sind. Allerdings gibt es diese Woche nur einen Titel und zwar Battlefield Hardline. Statt den immer wiederkehrenden Krieg-Settings stehen sich nun Cops und Verbrecher gegenüber. Was ich persönlich ganz cool finde, so habt ihr mal andere Gadgets und auch Fahrzeuge zur Verfügung. Wobei Fahrzeuge gibt es noch nicht so viele, aber es kommen ja bestimmt noch ein paar Updates raus, wie man so EA kennt. Auf jeden Fall lohnt es sich meiner Meinung nach. Hier kommt jetzt mal eine kleine Stelle aus meinem ganz persönlichen Battlefield Hardline-Erlebnis. Wo sind die denn? Oh mein Gott! Jawohl! Oh, der war gut. Okay, der Nächsten. Jetzt müsste einer hier reinkommen. Oh mein Gott! Okay, da ist der Nächste. Oh, läuft aber gar nicht so schlecht. Komm da nochmal runter, mir liebe ihn wieder. Oh mein Gott! Oh Gott, gib die beste KD, wenn ich jetzt rausgehe. What the fuck! Das war jetzt aber auch das Beste, was ich hinbekommen habe. Wer jetzt mehr wissen möchte, guckt einfach meine Videobeschreibung. Dort ist ein Link zu unserem Blog-Eintrag und natürlich auch ein Link zu unserem Shop, wo ihr das Spiel günstig erwerben könnt. Was auch noch witzig ist, der deutsche Rapper Kollegah spricht den Boss in dem Teil. Ist natürlich Geschmackssache, aber ich finde, es passt. Link los, Freunde. Wir müssen einen Überfall durchziehen. Das war soweit der Wochenrückblick. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Am Montag gibt's wieder ein Trailer-Video und am Samstag gibt's wieder den Wochenrückblick. Vielleicht dann sogar mit ein paar mehr Spielen, wer weiß. Also abonnieren nicht vergessen und bis zum nächsten Video. Haut rein! Bis zum nächsten Mal.